in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr den pecker punch 4 glitch mit dem wunderwaffen nach dem patch machen können wie ihr seht leute machen die wunderwaffen auf pecker punch 4 viel viel mehr damage als sonst für den mega schäuser braucht ihr zum beispiel mit der vr 11 auf pecker punch 4 nur zwei schüsse und ich zeige euch jetzt wie dieser glitch nach dem patch funktioniert ihr könnt sogar zwei wunderwaffen auf einmal auf pecker punch 4 bringen ihr braucht dafür ein juggernaut eine selbstwiederbelebung und goldene schlüsselleute ich werde das jetzt mit der raygun und der vr 11 machen ihr müsst dafür als allererstes einmal down gehen und wichtig ist eine selbstwiederbelebung ihr könnt euch selber töten oder von zombies töten lassen spielt gar keine rolle hauptsache ihr liegt auf dem boden wenn ihr auf dem boden seid belebt euch wieder und jetzt müsst ihr den jugger werfen sobald euer jugger da ist schmeißt eure waffen auf den boden und jetzt interagiert mit dem jugger also hebt den ganz normal auf und rüstet den aus und wenn ihr den ausgerüstet habt müsst ihr nur noch warten bis der timer abgelaufen ist und sobald der timer dann abgelaufen ist werdet ihr sehen dass eure waffen noch auf dem boden liegen die können eure kollegen aufheben und ihr habt beide waffen nochmal in grau auf der hand und ihr müsst diese jetzt auf gold bringen mit einem goldenen schlüssel und auf pack up an stufe drei einmal punchen und ihr habt die waffen wieder auf pack up an stufe vier das war's dann mit dem kurzen video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und wenn du in zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt ein kostenloses abo dalassen und die glocke aktivieren damit du immer auf den neuesten stand bleibst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao